Er ist zurück. Der Mann mit den zwei Stimmen. Besser als je zuvor. Mit seinem neuen Studioalbum For You. Vorhang auf für Freddy Sahin-Scholl. Seine Stimme unverwechselbar. Seine Songs Meisterwerke. Fals mussten lange auf die neue CD des Supertalent-Gewinners 2010 warten. Doch das Warten hat sich gelohnt. For You ist ein musikalisches Feuerwerk mit vielen überraschenden und neuen Facetten. Großes Kino und große Gefühle machen dieses Album einzigartig. Er begeisterte ein Millionenpublikum und wurde aktuell für sein erstes Album Carpe Diem mit Gold ausgezeichnet. Ein grandioser Auftakt für Freddy Sahin-Scholl und seine Stimme. Jerusalem Gehen Sie mit auf die fantastische Reise von Freddy Sahin-Scholl. Ein Album, das begeistert. Ein Album For You. Gehen Sie mit einem Abrуска 여기는 bis zum Ausland Carpe Diem mit dem 53. Ein Album für den Eis. Die Real 미chung ist der 넘 Gene. Was ist das Beverly? Vielen Dank.